Wir haben mit der Zusammenarbeit mit A&M erfolgreich fünf Kollegen eingestellt. Davon waren zwei Handwerksmeister. Handwerksmeister findet man kaum noch auf dem Markt. Das war für uns ein großer Erfolg und so konnten wir weiter unsere Kunden bedienen und mussten keine Aufträge ablehnen. Mein Name ist Marco Lau, ich bin 42 Jahre alt, gelernter Karos- und Fahrzeugbaumeister. Wir sind hier mit unserer Firma Bosch Service Lau in Schönberg ansässig, seit knapp 30 Jahren mit 49 Mitarbeitern. Wir machen alles rund ums Fahrzeug, Mechanik, Karosserie, Lackierung, Aufbereitung, Design, Beschriftung und das seit 30 Jahren, wachsen stets und machen das sehr gut. Bevor wir zu der A&M gekommen sind, hatten wir wie fast alle Handwerksbetriebe ein Problem qualifiziertes Personal zu finden, der Fachkräftemangel, wie man ihn aus den Medien kennt. Wir haben das früher mal versucht mit Zeitungsannonsen, die sehr teuer sind und eigentlich überhaupt gar nichts bringen. Dann haben wir selber versucht, über Facebook, über Social Media Announcen zu schalten, was auch eher schlecht als recht funktioniert hat. Und jetzt mit der A&M und dieser digitalen Form, die Bewerber direkt im Netz einzufangen, funktioniert das deutlich besser. Also durch den Fachkräftemangel haben wir akut das Problem, dass die Anzahl unserer Kunden stetig wächst, aber das Personal nicht hinterherkommt und wir dadurch Kunden und Aufträge ablehnen müssen, was a. nicht unserem Service-Gedanken entspricht und b. ja auch am Ende in der Kasse fehlt. Also wie bin ich zu A&M gekommen? Ich habe ein Haus gebaut, wohne da seit zwei Jahren mit meiner Frau, der Garten- und Landschaftsbauer beschäftigt sich mit meinem Garten und aus diesem Grund sind wir zusammen ins Alte Land in eine Baumschule gefahren, um Bäume auszusuchen, Bepflanzung für den Garten. Er ist selbstständig, ich bin selbstständig, man kommt ins Gespräch und zwangsläufig kommt man dann irgendwann zu den Fachkräfteproblemen und er hat mir berichtet, dass er das Problem nicht mehr hätte, seitdem er auf der Baustelle einen Fensterbauer kennengelernt hat, der mit A&M seinen Fachkräftemangel in den Griff bekommen hat. Er das seitdem auch tut und so viele Leute eingestellt hat, dass er quasi kein Fachkräfteproblem mehr hat und seitdem machen wir das auch mit A&M. Das Beratungsgespräch von A&M eingangs, bevor wir dort unterschrieben haben, war sehr professionell, schon die Terminfindung war äußerst professionell, man bekommt immer einen Termin, man bekommt eine Nachricht, es wird nochmal angerufen, ob Termin wirklich stimmt, ob man Zeit hat, ob man das so wahrnehmen kann. Dann die Gesprächsführung war sehr professionell, sehr strukturiert, wie ein Getriebe, ein Zahnrad greift ins andere und am Ende funktioniert es und das hat mich von dem System überzeugt. Also für mich besonders ist herausgestochen die Pünktlichkeit und die Verlässlichkeit. Ich bin da sehr deutsch als Tugend, wir Deutschen mögen Pünktlichkeit sehr und ich finde es sehr gut, wenn jemand pünktlich kommt, weil Unpünktlichkeit ist einfach unhöflich für mich. Es gab unterschiedliche Reaktionen der Bewerber auf dieses neue Bewerbungstool tatsächlich. Einige waren aufgrund der Neuheit dessen ein bisschen skeptisch, aber dann aufgrund der Professionalität, der Abwicklung dahinter dann doch überzeugt, dass das funktioniert. Es ist natürlich viel einfacher als ein normaler Bewerbungsprozess, weil es einfach nur drei Klicks sind und das überzeugt die Leute dann schon eher, das dann auch tatsächlich zu machen. Die Bedenken vor der Zusammenarbeit mit A&M waren, dass das System Online Recruiting ja doch eine recht teure Angelegenheit ist, aber eine Zeitungsannonce ist auch ziemlich teuer und die bringt am Ende gar nichts und das System von A&M funktioniert. Wir haben uns explizit für A&M entschieden, weil aufgrund der Empfehlung des Galabauers in jedem Fall wir auf sie als erstes aufmerksam geworden sind. Wir haben es auch im Vorfeld selbst versucht, selbst mit Facebook-Annoncen, die dann auch über WhatsApp gekoppelt waren, man nur eine WhatsApp schreiben musste. Es hat aber tatsächlich nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und die professionellen Systeme von A&M funktionieren einfach besser. Also die Vorteile durch die neuen Kollegen, die wir einstellen konnten mit der Hilfe von A&M, sind eindeutig, dass es professionellere Mitarbeiter sind. Früher hat man durchaus auch mal den Schwager von irgendjemandem genommen oder Bekannte, die gerade durch die Tür kamen. Jetzt haben wir wirklich professionelle Handwerker einstellen können. Das erlaubt uns einfach professioneller zu arbeiten und erspart uns unheimlich viel Einarbeitungszeit. Durch die neuen Mitarbeiter, die wir mit der Hilfe von A&M einstellen konnten, haben wir eine Professionalisierung erfahren, weil das handwerklich gut ausgebildete Mitarbeiter sind, Handwerksmeister zum Teil. Und das hat uns einfach in der Einarbeitung viel Zeit erspart und in der Professionalität der Arbeit sehr geholfen. Für mich persönlich ist einer der größten Vorteile, dass wir durch das professionelle Personal, das wir einstellen konnten, mehr Zeit habe, mich um Dinge zu kümmern, die ich vorher nicht hatte. Also professionelle Mitarbeiter arbeiten professionell ohne meine Hilfe und dann kann ich mich um andere Dinge kümmern. Also akut habe ich jetzt zum zweiten Ersten jemanden eingestellt, der sich ausschließlich um die Unfallschadenkalkulation kümmert. Das war vorher ein großer Bestandteil meines Arbeitsalltags. Und jetzt, wo ich das nicht mehr machen muss, habe ich viel mehr Zeit, um mich um Systeme im Betrieb zu kümmern, was wir auch mit der A&M verfolgen, dort einfach ein System reinbringen, was am Ende Zeit für alle spart. Am glücklichsten gemacht hat mich in der Zusammenarbeit mit A&M, dass es funktioniert. Man sucht Mitarbeiter, man findet Mitarbeiter und wenn ich eine neue Idee habe, kann ich auch jemanden finden, der sie für mich umsetzt. Und das ist ein großer Vorteil. Ich würde jedem raten, die Zusammenarbeit mit der A&M zu versuchen. Es hilft, man findet professionelles Personal und das hilft einem im Alltag ungemein.